Herzlich Willkommen bei einfachem Modellbau. Heute möchte ich euch einen von mir zusammengezimmerten, aus Resten bestehenden Delta Flieger vorstellen. Der Flieger besitzt ein dickes Profil, wiegt 250 Gramm, besitzt eine Spannweite von 80 cm und ist 70 cm lang. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rückenplug wollte nicht so richtig gelingen. Über eure Kommentare und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen.